hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play von ace of spades wo ich mal mit ein paar leuten zusammen bin gerade alle kennengelernt sozusagen jetzt spielen wir klassisches ctf also willkommen zurück in den 60ern auf einer karte die man vielleicht kennt wenn man das spiel sonic allstars oder so mal gespielt hat denn das soll diese karte sein ich selber kann das nicht beurteilen denn ich konnte leider nie sonic allstars spielen jetzt muss ich mich hier erst mal zurechtfinden da habe ich schon grün der vor mir zugrunde geht mein ping ist aber heute auch wieder schrecklich sowas was ich will ich bin von zwei metern ins wasser gefallen man meine flagge er schießt mich ab so hä wieso steht in die tasche ja so blöd also baue ich die mal ein bisschen ein so 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 dann kommt man da auch nicht so leicht dran und ich komme nicht mehr hoch hallo so beide weg so soll es ja auch sein ist eigentlich ihre tasche ich komme gerade nicht hoch hat wohl nicht so ganz funktioniert so besser dieses gewährleistigkeit benutze eignet sich auch sehr gut zum snipen deswegen hat ist es meine erste wahl gewesen so da kommt keiner das war gerade irgendwie so ein blauer schimmer merkwürdig oder kommt man hinter mir her ach du scheiße gehen wir mal da durch folgt den einfach mal hier jan hat die tasche über unser team hol ich mir gleich zurück jetzt mal suche ich hier nach natasche leer aus hier ist jedenfalls schon mal das zählt von denen wo ist ihre tasche fragen über fragen wie kann ich heute nicht springen ich habe gedacht sie sehen mich dahinter nicht ach da ist ihre tasche jetzt sehe ich das auch mal auf der map ja ja kann man ja nicht wissen ist wasserfall schaden an eigentlich scheint so scheint so so ein haben wir schon mal weniger irgendwie kann ich heute nicht springen ist das denn jetzt im klassischen ctf nicht höher oder was da wer kommt der wer oh mein gott er hat also ich komme hier echt nicht mehr hoch gar nicht die tasche auch nicht hat mich ja gar nicht tasche haben nix tasche alter da oben soll die sein da irgendwo oben drauf glaube ich da vielleicht ist sie jetzt runter gefallen nein so nur da form halber machen wir das jetzt auch so ich meine treppen laufen mit dem ich mag klassisch ist cdf einfach nicht zum normaler menschkündig treppe doch hochlaufen in den 60ern gegen das noch nicht da war ja alles noch old school so wo ist jetzt die tasche ach stimmt ich kann ja nicht was mal neipen was eben wieder so alter dieser spawn hier er ist auch ich sehe ich sehe ich das ist ja himmlisch dieses gespringe der reinste horror es ist witzig oder was von dem ンダinn im dm 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 hi so und so und aber alter wie viel leben meiner bau verliert ich das ist schon nicht überleben doch gerade so das ist aber so fies ich habe immer nur ein leben und muss dann dahin die werde ich doch mal benutzen alter verliert man zu mega viel leben wird das denn hin ok hat man das den bleibt man da stehen ja aber dämliche treppen reist mich auf dort freak me out ich weiß immer noch nicht wo die tasche von dem ist in akzeptabel so was ich habe die tasche gefunden aber ich muss noch schnell nach hause jetzt hat er auch noch meine tasche wir kommen sicher gleich entgegen sag ich doch lalala schnell zurück schnell zurück schneller kommen da ein bisschen zu bahn ich habe die tasche wieder zurück gebracht dann ist doch alles fliege wo muss ich hin links oder rechts das liegt aber jetzt auch gerade wieder also jetzt nicht das spiel sondern selber wo muss ich das denn hin bringen ist auch überall wo an das so ok hier bekommt man neues leben heute fan kartoffel kommen wir hoch älter wie das legt lag ich kann hier auch nicht rüber springen zeit aber mein ping ist eigentlich ok fps zahlen auch auf standard 60 mögwürdig mögwürdig komm jetzt krieg ich den bist du er hat schon wieder die tasche wie kommt ihr denn immer so schnell an mir vorbei spring mal hoch älter entscheidet euch doch mal oder die liegt aber auch immer woanders auch cool danke ich warte hier so lange ich glaube da kommt er doch gleich wieder bestimmt oh ich muss mal kurz niesen wenn ich aus der nase rauskommen schrecklich so was kennt das sicher wenn man diesen bus dann ist einfach nicht geht dann gibt es mal eine halbe stunde die nase stimmt geht er hier rum nicht schlecht ich komme nicht mal hoch gestrandet die klippen waren zu steil dass wir sie hätten bezwingen können da hallo ähm jo da ist eigentlich auch schön gebaut ein paar berge aufeinander geklatscht aber die innenausstattung ist nicht schlecht muss man sagen hallo es gibt es doch gar nicht ich weiß schon was ich demnächst nicht mehr spielen werde ich komme hier nicht hoch das ist aber auch was komisch danke frisches leben alter was machst du da schießt mich erstmal ein paar mal ab ja normal also mache ich auch jeden tag mein freund so mache ich das wo ist er immer hier wieder rüber hier ist er nicht da nicht da nicht da nicht sehe nicht sehe nicht bleib kurz stehen so weiter geht's hm was ist das denn map berandung umrandung ja ich muss mir hier auch leben holen nee oooh ha 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 huh laggy oh cool man kann in die karte reingucken das machen wir nochmal sieht aus wirklich sehr spannend aus mach ich das denn hier ah spring hier so in die wand da ist also einen weg da vorne gut hier ist er doch da hier nach unten führt das das lächelt gerade fall obwohl ich einen guten ping und hohe fps zahlen hab ich weiß nicht wieso vielleicht geht es einem neue update von steam oder irgendwas keine ahnung muss noch weiter runter ist keine trappe mehr schrecklich so was doch hier geht es doch noch weiter und und hier wieder schluss naja super schießt da mal ein bisschen rein vielleicht habe ich ja was da ist die tasche drauf ja geil ich versuche mal hier auf dem baum boden wasser ja klar man fällt ins wasser und kommt mega viel schaden das ist total realistisch naja okay das wasser ist auch relativ flach alter ich konnte nicht mal schießen wo ist das witzig ok die letzte minute haben wir gleich doch jetzt wie erst bei einer minute und 37 36 35 34 32 und so weiter was schon mal noch mal von hier oben wo ist der denn auch so hat er das auch schrecklich ich bekomme hallo hallo ich kann die tasche nicht aufnehmen oder doch dachte aber auch gerade das war ja das blöd ich will das nicht auf mich will rennen na los renne zum glück ist ja nicht wieder auf dem boot gespawnt sondern ich glaube ja da oben rechts auch so ein spawn so wie ich das hat mir gerade noch das leben gerettet werden ja genau wieder neben mir gespawnt wäre und ich habe ja spontan zeit null wie immer er hat krank erledigt nicht krank sondern krank fern vor vier drei zwei nein nein ist das spannend ist das spannend ist das spannend wo das ist zu fies ich bin nicht mehr daran gekommen in ordnung eine unentschieden ist ja auch nicht schlecht und wir sehen uns dann in der nächsten aufnahme wieder von es auf spitz bis dahin schau mit sch des weiterem abonniert doch meine kanal denn es kommt nicht jeden tag neue folgen naja ich versuche es mir wenigstens und bald kommt auch ein neues spiel was ich jetzt eigentlich so nicht geplant habe aber ich habe einen auftrag von einem entwickler bekommen und ich finde wenn man so einen auftrag bekommt sollte man dem auch nachgehen oh waren ja schön und ja das war's von meiner seite und edit mich doch auf sieben zwölfer sie macht ganz normal steht da da und da da und nochmal da immer noch da und da okay schau schau